Ja, das heißt wir können uns hinsetzen und die Klasse kann anfangen. Okay, das machen wir noch und dann machen wir Schluss für heute. Uh, nein, wieder ein Hoffen Videozeug zu sehen. Kate! Vielleicht mag er sie. Er ist ein Middle-Aged Man, der in einer Schule arbeitet. Warte mal, ich sollte da nicht weiterreden. Ah, er ist auch schwarz im Gesicht. Du hast gerade vorhin mit dir geredet. Blah, blah, blah. Was will Chloe von mir? Max, du hättest Frank eine Kugel verpassen sollen, statt ihm die Knarre zu geben. Zu spät zum Rückspulen. Wir sind da jetzt schon auf Seite 33. Schau was an. Oh Gott. Blah, blah, blah. Warum? Und dann verkauft es dir auch noch. Das heißt, er macht... Er macht... Er macht... Er hat die volle Autorität. Ein wenigstens noch eine Stunde kurz. Das ist so langweilig. Okay. Das ist so langweilig. Das ist so langweilig. Okay. Na dann. Schauen wir es uns gleich nochmal an. Die Zeit zurückzudrehen. Okay. Die Zeit zurückzudrehen. Sie kann die Zeit auf Null stellen. Na dann. Durch die Vögel kommen wir es und nicht durch. Dach. Aber wenigstens durch den Regen. Aber wenigstens durch den Regen. Können wir rauf. Ja. Mit der linken Maustaus, da kommen wir aufs Dach. Wir können nichts machen. Das ist alles. Das ist alles. Dies ist alles. Das ist alles. Ja. So. Okay, okay, I'm right here. Okay, I really want to talk. I love that you said you saved it, but it doesn't matter now. It doesn't matter. Du bist wichtig. Ich finde, du bist wichtig ist besser. Schauen wir mal, was davon gehört, dass man das Telefon nicht hört. Ist man auf Sturm geschalten? Wir können natürlich sagen, es ist auf Sturm geschalten, was nicht stimmt. Wir könnten die Wahrheit sagen. Ja, natürlich. Immerhin bin ich jetzt gerade durch den Regen da raufgesprungen, quasi. Nieden steckt mit drin oder die wurden Drogen verpasst. Kannst du was? Okay, okay. Okay, let's go. Hey, don't we? I'm in a nightmare and I can't wake up. Well, everybody in Blackwell Mhm. Ich dachte, du bist Christin. Hm. Langweilig. Was? Da kann man nur die falsche Antwort angeben. Sie hat Schwestern und Brüder. Was sind das, Mormonen? Die Mutter ist immer die beste Antwort. Was ist mit Brüdern? Das ist... Ups. Hat sie das? Ups. Wir können nicht zurückspulen. Cool. Ich habe sie gerade umgebracht, weil ich nicht zugehört habe. Ja. Sowas kommt vor. Ich wusste, sie wird sterben. Euer. Das war, Wagner. Wir kommen zu 언제. Woher auch immer? ante Ich glaube, sie wäre so oder so gestorben. Ich weiß, dass du nicht so zu wissen, dass du es ausblendet. Aber das Spiel hätte auch nur die letzte Spielraum. Und so was wir hier haben? Ja, gib sie einen Ein. Okay, okay. Ok Es ist natürlich sehr, sehr einfach, es dem Nathan unterzuschieben, denn David mag ich nicht, obwohl er sicherlich der Gute ist. Ich mag den Jefferson auch nicht. Aber das mit den K.O. Tropfen... Ich habe noch Herrn K.O.沒有 clue. Ich habe noch ein paar Dinge, aber nicht nur K.O. was steht mir hier vor. Oh, nein, ich weiß nicht. Ich sagte, ich wollte mich nicht mehr. Ich sage, dass ich mich nicht mehr aus kickingst, aber es war so gefehlt. Oh, ist das alles passiert, oder? Ich habe einen K.O. Wiß ich nicht mehr. Das ist so schnell, was ich mir so schnell einternet. Ja, das ist gut. Ja, wir sind die. Ja, ich denke auch. Warte mal, der hat das schon aufgeschrieben. Na gut, dann wieder zurück zum Start. Egal was wir machen. Na dann, gehen wir mal auf den Jefferson. Immerhin hat uns ja geholfen. Jetzt gerade. Bla 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 bla. Ja. 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 Okay, dann nehmen wir noch das letzte auch, um zu schauen, was passiert, wenn wir den Metzen beschuldigen. Das ist cool. Wir sind hier auf jeden Fall diejenigen, die eins auf den Deckel kriegen. Das heißt, wir müssen den Jefferson angehen. Was wäre, wenn ich nicht unterschreibe? Wieso muss ich unterschreiben und die anderen nichts? Ich finde das super. Diejenigen, die am wenigsten damit zu tun haben offensichtlich, sind die, die am meisten drauf kriegen auf den Deckel. Finde ich gut. Hey, das Spiel speichert. Das heißt, ich kann dann aufhören. Das werde ich jetzt auch noch tun. Das war mein erstes Streaming. Finde ich gut. Ich muss ja im Internet nachschauen, ob man sie hätte retten können überhaupt. Oh, komm, küsse ich. Nein... ... généralmente nach... ... ... ... Gute Frage. Eine Sonnenfinsternis nennt man das. Schaut ihr gerade einfach so mit diesen Augen in die Sonne. Ist klar, dass ihr nichts seht. Oh, ist ja so süß. Nein, nicht in die Sonne schauen, ihr Schwammerl. Das ist schlecht für eure Augen. War das Episode 2? Ich nehme mal fast an. Ja, der Madsen ist eh nett. Auf jeden Fall ziemlich sicher. Wir müssen auf jeden Fall das mit dem Jeffersen nehmen, sonst glaubt jeder, dass wir Drogen dealen. Wie ist das? Der Direktor? Vielleicht nur eine sehr hoch stehende dicke Wolke. Hä, das ist die Victoria. Wahrscheinlich ist Kroi die Böse. So wie sie sich auch fühlt passt das eh. Hey Frank! Frank und sein Hund. Ja, 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 jetzt entzünden sie alle Kerzen an. Aber vorher haben sie alle das widerliche Video geteilt. Wie ist er? Also sie. Nein, sie hätte sich so oder so umgebracht. Ich bin jetzt nicht sicher. Ja, das schaut sehr nach Ende vom zweiten Teil aus. Das ist interessant. Wenn man sich die Sonne anschaut, sieht man, dass sie bei jedem von einer anderen Seite verdeckt wird. Oder ist das schon am Ende der Sonnenfinsternis und es fällt schon wieder auf? Das ist sicher der Metzen-Typ. Das schaut irre genug aus. Wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Out of Time, Episode 2, Life is Strange Team. Ja, 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 bla 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 bla. Erd aus der Überspringen. Du konntest Kate nicht retten. 38% Die meisten Leute haben Kate das Leben gerettet. Du hast Kate gesagt, sie soll zur Polizei gehen. Wow, wir waren nur einer von 19%. Schau mal an. Das ist interessant. Das hat kaum jemand gemacht. Aber ich wollte nicht, dass die Leute wissen, dass ich drogensüchtig bin. Du hast nicht versucht Frank zu erschießen. Ah, das heißt, wir hätten Kate das Leben retten können. Ergeben sie von Freunden? Ich habe keine Freunde. Okay, das war der zweite Teil. Nein, ich will das nicht sehen. Ach Gott. Ist das jetzt gerade Werbung für den dritten gewesen? Ja, offensichtlich. Na gut. Herrschaften, an dieser Stelle höre ich für heute auf. Die ersten zwei Episoden habe ich quasi gespielt. Ähm, ja, wir haben das Ganze aufgenommen. Ihr könnt dem Ganzen auf Twitch folgen. Ich werde jetzt in unregelmäßigen Abständen auf Twitch streamen. Wieso auch nicht? Nebenbei nehme ich das Ding ja auch auf. Ja, die Aufnahme stoppe ich jetzt mal mit diesem hier. Und dann stoppe ich meinen Livestream. Ich hoffe, es war okay für jeden, der zugeschaut hat. Bis dann. Ciao. Ich habe es nicht beendet, den Stream. Steuerung F9 müsste es eigentlich beenden. Achso. Bestätigen. Hallo. Hallo. Hallo.